Warhammer 40.000, Feuerdämmerung 3, die Wolfszeit von Gav Thorpe, gelesen von Johannes Steck. Die Sommersonne steht an einem glasklaren Himmel und die rot-weißen Segel des Langschiffs wehen im Wind. Du spürst, dass Schiffe über die Wellen springen wie ein Bock auf einer Frühlingswiese. Du spürst die Kraft, die in jeder Planke, jedem Seil und jedem Nagel steckt. Eine Kraft, die den unbezähmbaren Elementen widersteht. Ein hochgewachsener Mann steht am Bug, doch du kannst sein Gesicht nicht erkennen. Die Mannschaft hält sich bereit, doch du siehst sie nicht an. Dein Blick ruht auf dem Horizont und dem schmalen, grün-weißen Streifen eines fernen Kontinents. Die Sonne geht unter und taucht die Wellen in orange-rote Flammen. Die See wird rauer, der Wind fährt schrill durch die Takelage und der Mast ächzt unter der Belastung. Unter deinen Füßen biegt sich das Deck und das Schiff giert in den tiefen Wellentälern. Doch du segelst weiter auf dein Ziel zu. Der Mann am Bug steht regungslos da. Die Sonne brennt auf seinen kahlen Schädel. Er dreht leicht den Kopf, als hätte er etwas gehört. Der Himmel verdunkelt sich, färbt sich tiefrot und schwarze Wolken ziehen vorbei. Jede Welle trifft den Schiffsrumpf wie ein Donnerschlag und das zähflüssige Meer hinterlässt rote Flecken auf den gestrichenen Planken. Das Heulen des Windes übertönt beinahe das Geräusch, mit dem das Segel in zwei gerissen wird und wild an den Seilen flattert, jede Bewegung wie der Peitschenschlag eines Riesen. Der Krieger vor dir hält sich am drachenköpfigen Vordersteven fest und umklammert mit der anderen Hand eine Axt. Blitze zerreißen den blutroten Himmel und beleuchten einen Augenblick lang den unteren Teil seines Gesichts. Hinter seinem Grinsen kommen lange Eckzähne zum Vorschein, die sich in die Unterlippe bohren. Sein graumelierter Bart ist zu Zöpfen geflochten. Du hörst das Knurren der Kreaturen um dich herum. Die Mannschaft ist in Felle gewandet und ihre Gesichter liegen im Schatten, abgesehen vom Schimmern unmenschlicher Augen und weißgelber Zähne. Du hast keine Angst, denn du bist einer von ihnen. Die See kocht und spritzt wie Säure über das Seitendeck und gegen die runden Schilde entlang des Langschiffs. Ohne Segel heult der Wind über dir und wirft das Gefährt herum, das gefährlich schwankt, während sich eine weitere Woge nähert. Die rote Welle türmt sich höher auf als ein Baum und in ihrem Licht siehst du die Silhouette des Kriegers am Bug. Er hebt herausfordernd die Axt und Blitze springen von ihrem Kopf in die Welle über. Du erkennst nicht, ob die rote Flüssigkeit, die schäumt und wütet und das Schiff verschlingen will, Wasser oder Blut ist. Du bist von Wölfen umgeben und ihre Augen glühen wie Bernstein. Sie werfen die Köpfe zurück und heulen im Chor. Der Sturmherr am Bug stimmt in ihr Geheul ein, doch sein Gesicht bleibt verborgen. Eine schwarze Gestalt mit entblößten Fängen vor der allesverschlingenden blutroten See. Die rote Flut bricht sich und zurückbleiben scharfe Felsen und stinkender Schlamm. Du bist der Wolf, der von Fels zu Fels springt und dem Geruch seiner Beute folgt. Das Schiff, der Krieger, die Mannschaft sind eins mit dir geworden. Du bist das schlagende Herz, das den Jäger antreibt. Aus dem Boden bricht eine Kreatur hervor, die bis in die dichten Wolken reicht und deren Kopf von grünen Blitzen gekrönt ist. Ihre Haut hat die Farbe von Jade. In ihren rubinroten Augen brennt ein Feuer. Klauenhände greifen nach dir und schließen sich um deine Kehle. Scharfe Fingernägel bohren sich in deiner Haut und dein Blut ergießt sich auf den aufgewühlten Schlamm. Ein Maul voller Fangzähne öffnet sich unendlich weit, wie eine dunkle Höhle voller spitze Eiszapfen. Die Dunkelheit verschlingt dich. Prolog Schmerz raste durch Orats Handgelenk, als er den Arm ausstreckte, um seinen Fall auf das Deckgitter abzufangen. Er befreite seinen Fuß, der sich in der Decke verheddert hatte, während er halb von der niedrigen Koje gerutscht dalag und die Kälte des Bodens die Haut auf seiner Brust kribbeln ließ. Die ohrenbetäubende Sirene in seinem Schädel hatte ihn geweckt, wenige Minuten, nachdem er eingeschlafen war. Doch nicht sein plötzliches Erwachen hatte Orat aus der Koje befördert, sondern eine abrupte Veränderung des lokalen Graffelds. »Was zum«, er blickte in die schlaftrunkenen, verwirrten Gesichter der Geschützmannschaft, mit der er sich das Quartier teilte, und wusste, dass er keine Antwort erhalten würde. Alles schien wieder normal. Doch einige Sekunden lang hatte es sich angefühlt, als hätten die Gravitationsplatten im rechten Winkel gestanden, wie bei einem Schiff auf dem Meer kurz vor dem Kentern. »Bereit machen für Not-Warp-Austritt!«, brüllte eine warnende Stimme über das Intervox. »Fünf Sekunden!« Goldins begann zu beten. Leta stimmte mit ein, und die beiden Frauen knieten sich auf den Boden und hielten sich mit eingezogenen Köpfen an den Händen. Orat kauerte sich ebenfalls auf den Boden, legte die Hände schützend über den Kopf und betete wortlos. »Imperator, beschütz mich! Lass mich den Morgen erleben!« Kurz und bündig. Zwanzig Schützen, die Schulter an Schulter dahockten, füllten die Schlafkabine aus, während ein heftiges Zittern den Rumpf der Rigor erschütterte. Orat spürte die Erschütterung nicht nur in seinem Körper, sondern auch in seiner Seele, und erinnerte sich an den ersten Notsprung vor dreizehn Jahren, als er gerade ein Jahr bei der imperialen Flotte gedient hatte. Damals war der Navigator der Rigor um Haaresbreite einem Warpsturm entgangen. Genau wie damals hatte er das Gefühl, dass sein Verstand umgekrempelt wurde. Er hörte Stimmen in seinem Kopf, während sein ängstliches Brüllen im Nichts verhallte. Dann war alles still, innen und außen. Leutnant Grier erschien in der Tür. Ihre Schirmmütze saß schief und sie hatte ihre langen, grau-melierten Haare noch nicht vorschriftsmäßig zurückgebunden. Fähnrich Kapagan zwängte sich an der Geschützoffizierin des unteren Steuerborddecks vorbei und Schweiß glänzte auf dem Gesicht des jungen Mannes. »Realraumstörung, eine Art gerichtete graviometrische Welle«, verkündete Grier, und Urrat verstand nur etwa die Hälfte ihrer Worte. »Das Intervox ist die Belastet. Auf eure Stationen. Bereitmachen für Batteriefeuer!« Die alternde Offizierin trat zurück und stolperte beinahe über Kapagan, der zum Gruß seine Mütze lüftet und dann an ihr vorbei im Schlafsaal verschwand. »Ihr habt den Leutnant gehört«, laffte er und versuchte dabei selbstbewusst zu klingen. Mit 14 terranischen Standardjahren fehlten ihm der Bass und die Erhabenheit seiner älteren Kameraden. Allerdings war er der Offizier der zweiten Batterie, und das hier war eindeutig keine Übung. Die Besatzung folgte ihm, teilweise nur halb angezogen, aus der anderen Tür und ging in Position, wo die andere Wachmannschaft bereits mit Fähnrich Doyle wartete, der vier Jahre älter als Kapagan war. Urat ging am Querhebel von Geschütz 4 in Position. Er hatte den Schlaf endgültig abgeschüttelt, und seine nackten Füße fanden Halt auf dem Plaststahl der Geschützrotunde. »Geschütze prüfen!«, der Befehl heilte über das Geschützdeck. Geschützführer Rossi signalisierte seine Zustimmung durch die Tür und bestätigte Kapagans Befehl. Zeitgleich mit den anderen Makrokanonenschützen begannen Urat und die anderen mit der Überprüfung ihrer Waffen, kontrollierten Höhenausrichtung, Traverse, Automatiklader und Feuermechanismen in einer strikten Reihenfolge. Urats Aufgabe war die Bedienung der horizontalen Steuerungselemente der 35 Meter langen Kanone, während Cassonet für die Vertikale verantwortlich war. Moaro überwachte die Beladung und Vorbereitung, während Hauptmann Rossi die Verantwortung über den Abschuss hatte. Dazu hing eine schwere, grellrot lackierte Kette neben dem Haupteingang, direkt unter dem Automatiklader. Als sie die Prüfung abgeschlossen hatten, warf sich Urat mit seinem beachtlichen Gewicht gegen den Feststellhebel und arretierte den Geschützturm in der neutralen Position. Das Knirschen von Getrieben und Heulen von Motoren sagte ihm, dass es ihm die anderen Mannschaften auf dem kilometerlangen unteren Geschützdeck gleich taten. Insgesamt waren es 20 Geschütze. Eine ziemliche Feuerkraft für einen leichten Kreuzer. Doch die Rigor konnte sich die Mannschaft und den Platz leisten, da sie nicht für die typischen Torpedoröhren der meisten imperialen Schiffe dieser Klasse benötigt wurden. Während ihrer Vorbereitungen war der Alarm irgendwann verstummt. Doch das Deck war noch immer in den orangen Schein der Notbeleuchtung getaucht. Rossis Gesicht wurde vom blauen Licht der Feuerbefehltafel von unten beleuchtet. Der kleine Bildschirm zeigte keine Aktivität, solange sie auf die Zieldaten des Geschützleutnants warteten, der wiederum seine Feuerleitlösung vom Hauptstrategium erhielt. Wendrich Kappagan steckte den Kopf durch den schmalen Eingang des Turms. »Gute Arbeit, Mannschaft Vier«, verkündete er, »schnell und präzise, so wie es sein soll. Das gibt eine doppelte Ration Magenfeuer für euch, wenn wir aus dieser Bredouille heraus sind.« Die Mannschaft jubelte zögerlich, doch Kappagan war schon wieder auf dem Weg nach draußen, und sie hörten, wie er mit nörglerischer Stimme Mannschaft Drei für ihre Langsamkeit tadelte. Lethas Entschuldigung kallte über das Deck. »Wer ist eine Kanalie?«, fragte Kassonet. Sie blickte sich verwirrt um. »Du«, sagte Rossi und schüttelte den Kopf. »Ich hatte die Belohnung lieber jetzt schon«, murmelte Moaro. Er ließ seine prallen Armmuskeln spielen, als er nach dem Ladestift griff, und derbe Tätowierungen von Raumwahlen und Frauen mit übertriebenen Proportionen spannten sich auf der dunkelbraunen Haut. »Ich hab kein gutes Gefühl dabei.« Orat musste ihm beipflichten. Er wusste nicht genau, was eine gerichtete, graviometrische Welle war, aber es hörte sich nach einem mächtigen und seltenen Ereignis an, wenn es ein Schiff während der Warp-Durchquerung beeinflussen konnte. Sie mussten nur wenige Minuten warten, bis sich erneut Sirenen zum orangen Licht gesellten. Sie erklangen jeweils dreimal hintereinander, ihr Signal, sich bereit zu halten. Deflektorschilde wurden aktiviert, Antriebe mit Energie versorgt und Zielauguren ausgerichtet. Orat war sich dieser Vorgänge nur am Rande bewusst und war dennoch dankbar dafür. »Empfange Zieldaten!« Der Ruf wurde von Fähnrich zu Fähnrich weitergegeben und wenige Sekunden später von Leutnant Greer über das knisternde Intervox wiederholt. Rossi schirmte die Augen mit den Händen ab und konzentrierte sich auf die flackernden Zahlen und Symbole, die auf der Feuerbefehltafel erschienen. Er sah beim Reden nicht auf. Seine Worte waren eine monotone Aneinanderreihung von Silben wie bei einem Servitor. »Achtern, dreißig Grad, zwölf Grad Neigung, Geschütz laden und sichern, Zündung dreißig Sekunden!« Der Geschützführer atmete tief ein, während die anderen seine Befehle ausführten. Orat sah zu, wie sich der Traversenkippmechanismus über ihm in der Decke bewegte, als er an seinem Hebel zog. »Die Mistkerle kommen geradewegs auf uns zu, hohes Tempo, Meldung!« »Bestätige dreißig Grad, achtern!«, brüllte Orat, während er sich gegen den Bremshebel lehnte. Er war immer von Rossis Fähigkeit beeindruckt, das Ziel nur aufgrund von Zahlen zu visualisieren. Er hatte dreimal die Prüfung zum Geschützführer abgelegt und es nie geschafft, die Zahlen in ausführbare Befehle umzuwandeln. Es konnte genauso gut irgendeine Xenos-Sprache sein. »Bestätige zwölf Grad Neigung!« »Geladen und gesichert! Bestätige Zündung in dreißig Sekunden! Vorbereitungen abgeschlossen!« »Bereit machen zum Feuern!« Auf Rossis Befehl zogen sie sich in den schallgeschützten, bunkerartigen Bereich vorne im Turm zurück, weit weg von dem hausgroßen Durchbruch über und hinter ihnen. Die Kette des Feuerauslösers straffte sich durch die Tür des Schutzbunkers in seiner Hand. Der Blick des Geschützführers ruhte auf den unbeleuchteten roten Lumen in der Wand. Die Lumen schalteten sich ein und tauchten sie in blutrotes Licht. Rossi zog an der Feuerkette. Eine mechanisch-alchemische Kettenreaktion, die Urrat nicht gänzlich verstand, verursachte ein donnerndes Dröhnen im Turm und wurde von den anderen Kanonen auf dem Geschützdeck noch verstärkt. Nur wenige Sekunden lagen zwischen Beginn und Ende der Kakophonie. Eine beinahe simultane Breitseite. Nach einigen Sekunden hörten die Wände auf zu vibrieren und sie gingen zurück in den Hauptraum. Rossi ließ die Feuerkette los und widmete sich wieder der inzwischen erloschenen Feuerbefehltafel. Hatten sie irgendetwas getroffen? Sie würden es nie erfahren. Sie würden es nicht verstanden. 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 Sie würden es nicht verstanden.